Hallo zusammen und willkommen zur Vorschau vom Monat Mai 2021 dieses schönen Jahres, der wir hoffentlich bald ein Ende dieser blöden Corona-Krise sehen oder in Sicht haben werden. Okay, wie schon zum letzten Monat, zum April vorbereitend, mache ich das jetzt im Mai wieder ähnlich. Wir gehen fix über den Kalender und ich erkläre, wo ich persönlich wahrscheinlich was pullen werde, worauf ich mich konzentrieren werde und gehe natürlich auf den Helden des Monats ein. Genau, also aktuell läuft ja gerade noch die Taverne der Legenden, wie ihr es hier gerade schon seht. Ich habe da bisher noch nichts gezogen. Werde eventuell im Mai, also ab Samstag, da drin ziehen, weil ich den Helden des Monats sehr interessant finde und es gehört auch wieder zu einem der Besseren, meiner Meinung nach. Jetzt nicht für die Defensiven geeinigt, aber ich will jetzt nicht krass darauf eingehen, in der Offensive wird der immens viel Spaß bereiten, meiner Meinung nach. Okay, wir kriegen diesen Monat über Quests, bei Frau Holme am 1. kriegen wir das Buch der Taktik, dann bekommt wieder, kommt wieder die Shilowüste mit Darts, also mit Giftpfeilen, dann bekommen wir Molovia mit dem Wappenrock und Damascene Klinge in einem anderen Verholme. Das verteilt sich über den Monat. Ihr könnt hier an dem Kalender sehen, wann das genau ist. Für mich persönlich sind die Darts und das Buch das Wichtigste. Damascene Klingen habe ich mehr wie Bücher und Wappenrücke kann ich Leute zuschmeißen. Da fehlen mir die Helden. Ja, Atlantis kommt dann nach der Taverne. In Atlantis haben wir vorgestellt, Mok'a und Arie. Witzigerweise, ich habe nur zwei oder drei Atlantis-Helden und die beiden habe ich. Und Featured, hier sind Ranvier und Raffaele. Ich werde hundertprozentig nichts in Atlantis ziehen, selbst wenn ich genug Münzen für etwas zu ziehen hätte. Fast direkt im Anschluss an Atlantis kommt die Kostümkammer. Ich hoffe, dass wir diesmal mal den Leonidas oder die Justitia vorgestellt bekommen. Oder den Dorn. Das wäre echt nice. Dann werde ich da auch ziehen. Wenn wieder nur Schnodder vorgestellt ist, sowas wie Horga, sowas wie im April, dann auch da nicht. Ja, aber Halla vor allem kommt danach vom 9. bis 11. Interessant hier wäre für mich Bera. Freya hat mir ja letzten Monat, die wird nicht wieder vorgestellt sein. Wenn Bera vorgestellt ist, werde ich da auf jeden Fall ziehen. Weil ich immer noch ein Lila Tank brauche. Ich level gerade den Killhasen, der den Job wahrscheinlich zwischenzeitlich übernehmen wird. Aber ja, Bera und Freya im letzten Monat gab es ja nicht für mich. Und Bera und Freya sind halt die Sachen, die man braucht, wenn man Lila Tank spielt. Ja, dann Challenge Event Guardians of Teltoc. Ich brauche den Wächter Panther. Element Deathdown, ganz, ganz wichtig. Und was war noch? Welcher Element Deathdown war noch? Ja, ne, der Panther ist wichtig. Vor allem auch Lila, weil ich Wappenrücker habe ohne Ende. Die Gazelle wäre auch nicht verkehrt. Und ja, das Chameleon, wer nah ist. Also Teltoc, vor allem wegen dem Panther, werde ich sehr, sehr wahrscheinlich meine Marken raushauen und vielleicht auch eine zusätzliche Beschwerung machen. Mal gucken, wie es läuft. Direkt danach der müdische Titan. Dann S4, wo ich immer noch hoffe, dass Captain Nemo jetzt der neue sein wird. Steht leider nicht in den Spoiler-Informationen mit drin. Und dann haben wir noch den Ninja Tower. Dann ist der Mai schon rum, wenn man mit dem April vergleicht. Weniger vollgepackt. Aber naja, prinzipiell ist immer alles voll. Und ja, am 31. Mai geht schon das nächste Atlantis los. Wahrscheinlich. Und dann wieder Kostümkammer. Ich sehe gerade zweimal Kostümkammer. Hoho. Aber ne, das ist dann schon in Juni rein. Genau. Okay. Das ist für die Events. Dann Raid-Tournaments. Wir haben drei Sterne. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Dann Sturmangriff. Dann 5 Sterne. Also ohne Gelb. 5 Sterne Blutiger Kampf ohne Blau. Dann 4 Sterne Buff-Multiplikator ohne Grün. Und 5 Sterne Sturmangriff. Und 5 Sterne Sturmangriff wieder ohne Gelb. Das wird es im Mai geben an Turnieren. Und ja, schauen wir noch mal fix auf die Kriege. Attack-Bonus-Krieg sind die nächsten beiden. Also Samstag 1. und Mittwoch 5. Dann haben wir Sturmangriff-Krieg. Dann Untote Horde. Dann Salve. Und dann wieder Ausgleich. Ja, geht halt die Reihe rum. So. So. Jetzt gehen wir fix auf das Bild vom Monatshelden im Mai. Young Mai. Ihr seht ja schon Power 790. Geht nach und nach hoch. Logischerweise. Die müssen sich ja anpassen. Auch an die S4. Es ist ein offensiver Held mit Tanki-Stats und Klasse. Das macht ihn sehr interessant. Und er ist schnell. Er ist schnell. Das ist auch angenehm. In die Stats gehen wir jetzt noch mal so rein. Das ist nämlich kurz vor dem Release das, was bei Small Giant im Forum steht. Young Mai. Klar. 5 Sterne. Element Rot. Klasse Mönch. Was ich... Ja, Mönch ist Prinzip immer nicht schlecht. Kann man fast überall mitnehmen. In der Offensive. Solide. Ist jetzt, ich sag mal so, kein... Nichts, was den Damage verstärkt. Aber das ist ein offensiver Held, der lange Leben will. Und das werden wir dann am Special sehen, warum das so ist. Und er wurde so designt, dass er länger lebt. Mannerspeed schnell. Attack-Wert 743 ist okay. Was krass ist, dass sein Defensivwert noch mal um 19 besser ist und seine Lebenspunkte auch sehr solide sind. Wenn man ihn dann bewappnet, definitiv Schwert über Schild überleben. Der braucht Attack-Damage. Einfach mal, weil er zwei Multiplikatoren selbst eingebaut hat in seinen Fähigkeiten, was den Attack-Damage angeht. Und je höher der ist, desto effektiver wird die Multiplikation logischerweise. Oder der erhöhte Prozentsatz. Familie, Heldesmonat, bla bla bla. Ist scheißegal. Wissen wir. Dann hat er zwei Fähigkeiten. Einmal die Resistenz gegen Wasser-Damage. Wasser-Damage ist die Wählerwelle prinzipiell. Und gibt es noch was? Ich überlege gerade. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwas, aber ich komme gerade nicht drauf. Zumindest bei den 5-Sterne-Helden gibt es glaube ich nichts weiter. Und dann, auch interessant. Und besonders interessant, wenn man in die aktuelle Meter schaut. Dieser Held hat die Fähigkeit, wenn sein Mana reduziert wird, bekommt er für drei Züge 30% Angriffsbonus. Und das steckt mit beispielsweise einem Rigat-Kostüm oder mit seinem anderen Effekt. Oder mit einem Miki oder wie auch immer. Das steckt mit allem. Und warum ist das in der aktuellen Meter interessant? Wegen Berra und Freya. Die beim Ableben Mana reduzieren und automatisch diesem Helden Attack-Damage geben. Deswegen sehe ich den in der Offensive, in der aktuellen Meter mit den lila Tanks, ziemlich gut. Zumal die Kämpfe aktuell auch wieder länger werden, weil viele Minion-Devs stellen. Und diese Multi-Hitter nicht mehr so oft gesehen sind. Beziehungsweise man mittlerweile damit klarkommt. Und jetzt kommen wir zum Special Skill. Weshalb ich es gut finde, dass der länger lebt mit seinen Fähigkeiten und Stats. Erstmal ist es schnell. Finde ich super. 280% auf ein Ziel. Klingt jetzt erstmal nicht so krass. Aber er hat eine 60% Chance auf zusätzliche Hits, auf zufällige Gegner, bis zu viermal. Das heißt, in der Theorie kann er alle treffen. Wenn man lucky ist. Die zusätzlichen Treffer machen weniger Schaden. Das ist normal. Vollkommen nachvollziehbar auch. Sonst wäre es krass. Okay. Was jetzt ein wichtiger Effekt ist. Wenn dieser Caster weiter Ritz macht, bekommt er für jeden weiteren Hit 5% Attack. Und das stackt und das geht nicht mehr runter. Das ist nicht limitiert auf irgendwelche Runden. Das ist dauerhaft da. Und man kriegt das, wenn der zweimal springt, hat man 10% Attack. Es geht bis zu 10 Stacks hoch. Also bis zu 50% Attack. Wenn dann noch Mana reduziert wird. Da hat er alleine in seinem Kit bis zu 80% Attack Bonus. Und wenn man Runen bei ihm macht. Kommt man vielleicht auf 900 Attack mit einer Truppe. Naja, auf 900 nicht. Auf 850 Attack oder 860 Attack mit Wappen. Mit einer dicken Truppe. Nehmen wir mal eine Ninja Truppe. Kommt auf 1100 Attack Basiswert. 80% drauf. Das sind 1900 Attack. Wenn der Kampf ein bisschen länger geht. Und man kann ja das Team herumbauen, dass der Kampf länger geht. Stellt halt ein Heiler mehr. Stellt Death ab oder sowas. Ihr wollt, dass der Fight mit dem Helden etwas länger geht. Und dann knallt er richtig rein. Auch schon alleine die Idee. Der Attack Wert ist ja nicht auf Special bezogen. Der ist ja auf den kompletten Helden bezogen. Das heißt, auch die Steine, die ihr in den Gegner rein schickt. Kriegen dann diesen Damage. Mit diesem Attack Wert. Ich finde das besonders interessant. Wenn ihr irgendwann mal im Ninja Tower unterwegs seid. Oder ich sag mal beim PvE auf der Karte. Die schweren Etappen angeht. Ihr könnt ja bei den Leveln, bevor ihr zum Boss kommt. Das Special öfter mal auslösen. Und dann ist der schon voll gesteckt. Mit 50% Bonus Attack. Oder auch bei Challenge Events vielleicht nicht so krass. Weil man eigentlich schnell durch will. Da wird er nicht viel auslösen vorher. Aber auch da wird er seine Daseinsberechtigung finden. Als roter Held mit viel Attack Damage. Dann noch der Element Link gibt allen Feuerverbündeten ein bisschen Mana jeden Zug für 4 Züge. Ist nett. Müsste man sehen, wenn er auslöst und danach die Mana Reduktion kommt, wie oft das ticken muss, dass er ohne Steine wieder voll ist. Das wäre interessant, wenn er beispielsweise... Also er bringt selber Bera oder Freya um. Oder er hat vorher sein Special ausgelöst. Er wäre wieder voll und bringt Bera oder Freya um. Wenn er dann in zwei Runden voll wieder wäre durch den Element Link. Wäre nice. Kann nicht das Belt werden. Jo. Das ist dieser Held. Yang Mai. Meiner Meinung nach in der Defensive schwierig anzuwenden. Der Element Link taugt nicht viel in der Defensive, weil man eigentlich nur einen roten stellt. Wenn er zweimal auslöst, ist es nicht verkehrt. Aber wenn er einmal auslöst, macht er einfach zu wenig Schaden. Außer er springt halt wirklich 3-4 Mal. Dann ist es insane. Dann ist es krank. Aber ansonsten in der Defensive wahrscheinlich nicht so mega gut. Aber da will ich mich nicht zu 100% festlegen. Ich nenne gerne das Beispiel Bera. Da haben sie auch alle gesagt, naja... Oder viele haben gesagt, naja, das ist Noah. Oder das ist ein großer Quasier. Und Noah halt, also ein Minion-Held, der sonst nicht wirklich was macht. Ja, aber die ist mega krass OP aktuell. Also die ist einfach viel zu stark. Und man kann sich immer täuschen. Und vielleicht ist der auch in der Defensive tauglich. Aber wo er wirklich glänzt, ist definitiv in der Offensive. Titan nehme ich da jetzt mal raus. Da hat er nichts, wo es bouncen kann. Das heißt, er kriegt seine Stacks halt nicht hoch. Von seinem Special Skill. Und die Titanen, die reduzieren ja auch nicht das Mana. Von daher hilft das da auch nicht. Sein Passive. Deswegen Titan nehme ich mal aus. Aber alles andere, wo ihr mehr als ein Ziel habt, wird der Held in der Offensive sehr viel Spaß bereiten. Genau. Das ist für mich jetzt die Zusammenfassung zum kommenden Monat. Im Kalender könnt ihr ja nochmal zurückgehen und stoppen. Und dann schaut euch, wo würdet ihr pullen, wo nicht. Wollt ihr überhaupt pullen? Ist euch der Held des Monats das wert? Ich finde, es ist wert, dass man pullt. Und ich habe meine Prioritäten beim Pullen. Ich werde nicht überall pullen, logischerweise. Macht das für euch selber aus. Rutschgut rein in den Mai. Schade. Bei uns gibt es keine Hexenbrennen. Ich nehme an. Das ist deutschlandweit so. Und der Feiertag ist ein Samstag. Es nervt auch ein bisschen. Aber wie auch immer. Rutschgut ins Wochenende. Rutschgut in den Mai rein. Bleibt gesund. Haut rein. Ciao.